L.A. ist ein Ort der Reichen und der Armen. Die, die es in L.A. nicht geschafft haben, leben im Valley. Es ist Tats. Ich bin mit all diesen Dingen aufgewachsen. Wenn ich zur Schule ging, sah ich die Mercedes-Limousinen, Porsches und BMWs. Meine Mutter setzte mich mit ihrem Honda ab. Ich war schon immer der Typ Mensch, der alles daran setzt, um das zu bekommen, was er will. Also durchforstete ich die Klatschseiten mit den Promis. Ich sah, dass Paris Hilton in Miami sein wird. Und da kam uns die Idee, Paris auszurauben. Wir wussten so viel über das Leben von Paris Hilton. Es schien kein großes Ding zu sein, in ihr Haus zu gehen. Ich entdeckte diese Website. Rachel ging vor, denn ich war ein kleiner Angsthase, versuchte die Tür zu öffnen und schon war sie offen.